ja hallo leute das ist jetzt sozusagen ein ein jahres besser für mich selber ja ich weiß ich bin selber traurig äh ne mein kanal ist heute ein jahr geworden und ja da dachte ich mir ich kannte für euch die vielleicht noch nicht so lange dabei sind einen kleinen zusammenschnitt machen aus videos die ich bis jetzt gemacht habe vom kanal mit dem simon von meinen paar dass ihr nicht einfach suchen müsst und ein paar von die ich auch privat gestellt habe weil ich nicht einverstanden bin mit denen würde ich sagen wir fangen erst mal mit dem ersten video an was ich gemacht habe das war ein elfer video das mal an und wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zum spiel erzählt gleich ja gleich kann ich in das du bist weg zum beispiel gibt es gibt was man in dem spiel machen kann den ganzen kann man springen um angriffe auszuführen so das war jetzt das erste älter wie er sich macht habe dann würde ich sagen wir schauen uns einfach noch ein video an das jetzt zwar kein kampf drin aber ja einfach ein kleines video noch ein videochen dazu ich bin ja aber auf meinem kanal habe ich früher auch nicht nur elfer gemacht ich habe auch mein kopf gemacht ja schaut euch einfach an ja schaut euch an los wo mein stück denn ich weiß nicht mehr naja auf jeden fall was können wir noch sagen und jetzt kommt der zeitpunkt an dem ich meinen kanal gestellte habe und also einen tag später habe ich jetzt erst wieder aufgenommen und ja schaut euch das video einfach mal an die audio qualität von meiner stimme ist immer noch so schrecklich wie an den beiden ausdrücken also schaut mal kann man sich auch hier drehen wenn man links gedrückt hält titel hier wenn man den titel freigeschalten hat und ja ich weiß mich gerade nicht hier oben kann man den kanal wechseln machen mal kurz und ich hatte auch mal ein kleines let's play was ich nur eine folge hat habe bei der frage keine lustwerte von eben ja heute mal rein dann hätten sich so nur misst gemacht aber in der fähig wird auch mal rein ich habe mich hingesetzt drücke die eltaste um ein fest log anzuzeigen mit einem rechtsklick auf ein mtc beginnt beginnst du ein gespräch und ja ihr habt selbst damals von mann gemacht verschiedene jetzt machen erst mal das wo ihr nicht mehr sehen könnt das wäre das mit niklas das ja schaut euch mal kurz an groß 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 hier ist doch noch maler wald alter hier guck mal hier sind noch ist noch maler wald hier sind berge hier ist kohle hier waren schweine hier sind exkrieg dann habe ich jetzt noch ein video was schon relativ sehr relativ irgendwas alt ist und zwar ein video wo ich mit meinem todesboten hin hier gemacht haben in der gruppe und damals war ich noch ein noob und mal von allem so geflasht wenn irgendwas interessant mal passiert ist also ja es hat mich noch gut an aber ist ja nicht viel gut erledigt ist ja auch aber ich auch mal wieder erledigt oder ist ja nicht so schwer dann hatte ich auch mal ein mein flitz play also so zu sagen jetzt ist es eher sowas wie wir bewegen uns nur im untergrund und erfahren uns da alles und haben nur ein bisschen holz also war mit Fabian und Simon schau einfach mal rein ein workbench aaaa also los cocoon ranger ne ich hab eigentlich eine workbench getamed äh suche ok gold nimm es jetzt noch mit nimm es jetzt noch mit ich hab die ganze kiste kaputt gemacht und ich wollte eigentlich eines tages noch ein anderes jetzt gleich starten namens dragon nest wir in einem von euch vielleicht kennen und ja schaut euch mal kurz an dann sind hier unser rang des dungeons und hier kann man eine schatze rausstellen und das was drin ist kriegt man ich werde einfach mal die erste ja und man jetzt kriegt man die zweite genommen dann hätten man die gold drüber jetzt kriegen wir nur einen rauen bärenstein ich sehe jetzt auch noch ja dann würde ich sagen wir machen einfach mal ein paar relativ neuere videos einmal ein video ja zu elford wo ich noch einen veteranen commander hatte bzw. der schicksalsträger schau das mal rein also ich werde jetzt nicht wirklich ich sage ich nicht ganz so schnell eigentlich aufhebe und das ganze was wir so nicht eigentlich schnell tut das finde ich auch gut dass man erst so nach ein paar minuten paar minuten wenn man das aufhebt ne aber das ist ein bisschen länger dauert ist auch finde ich auch ein bisschen dumm aber es ist elf was gefällt uns trotzdem dann kriegt ihr hier jetzt auch noch einen schönen ausschnitt von dem video was ihr an teilen am meisten angeschaut hat auf meinem kanal weil ich sowieso komisch finde dass ihr das am meisten angeschaut habt und nicht in der let's play folge nummer eins aber ja schaut euch einfach mal an ich kann nicht warten ja ein bisschen zu früh ja ähm dass wir damit werden jetzt eigentlich wieder in der gegenwart angekommen interessant wie ich mir eine mikrofone verändert habe in der zeit ne anfangs das war ja schrecklich ne jetzt geht es ja raus vielleicht im hintergrund aber egal ich freue mich dass ihr inzwischen schon seit einem jahr euch auf im moment wartet bei mir auf dem kanal steht nämlich gerade 62 oder ja äh 63 meine ich 63 leute erhöht habt an abonnenten mich freut dass euch meine let's play anzeigen gefallen und ja ich hoffe wir sehen uns bei den let's play wieder und bis dann auf wiedersehen bye bye Bis zum nächsten Mal.